Es ist Wäsch-Tage. Wir waschen Hemmli, Blusen, Liebli, Unterhosen, Socken, Bettzüge, Arbeitskleider. Es ist einiges zusammengekommen in den letzten Tagen und es kippt Schweiss dran, Dreck und anderswo lieber nicht aufzählen, was noch alles drin ist. Ich möchte ja gar nicht wissen, was alles in meiner Unterhose lebt. Und darum, ab mit der Wäschmaschine mit dem Zeug. Gründlich waschen und wieder sauber rausnehmen. Entschuldigung, nicht nur sauber, rein. So heisst es in der Werbung. Porentief rein, genau. Auch die religiöse Sprache nimmt die Sache mit der Reinheit auf. Vor allem in der katholischen Glaubenswelt spielt das eine grosse Rolle. Maria gilt als die reine Gottesmutter. Als Mensch rein und sauber bleiben. Ich hatte ehrlich gesagt mit dem Gedanken immer etwas Mühe. Und zwar vor allem darum, weil sich die Sache mit der Reinheit immer auf Sex konzentriert hat. Man denkt, ich soll keinen Sex haben. Das gilt als besonders rein. Hingegen miteinander ins Bett gehen. Ui. Und mit dem Gedanken konnte ich mich nie nachfreunden. Und darum konnte ich eigentlich über das gar nie reden. Aber jetzt habe ich ein Lied gehört, das mich zum Umdenken bewegt hat. Da heisst es sinngemäss, Bist du gewaschen in der Liebe von Gott? Sind deine Kleider frei von Flecken? Hast du das neue, weisse Gewand von Gott bekommen? Es geht gar nicht um Sex. Sondern es geht um das, was unangenehme Spuren in meiner Seele hinterlässt. Und das ist ja eigentlich ein lustiger Gedanke so. Weil ich mir vorstelle, ich könnte meine Seele so rausnehmen, sie zu dreckigen Waschen tun. Und dann wird sie gewaschen, glättet, parfümiert und ich kriege sie zurück. Völlig fleckenfrei. Gar kein so schlechter Gedanke. Denn auch an der Seele bleibt ein Haufen Zeug kleben. Ein Streit, eine Angst, eine Enttäuschung, ein Missverständnis, ein Giftgelegenheit, ein rauchender Zorn. Die Seele nimmt ein Haufen Zeug mit aus dem Leben. Die muss gepflegt werden. Sonst wird sie ganz starr vor Dreck. Und darum macht es Sinn, über die Reinheit nachzudenken. Ich kann meine Seele nicht einfach so zur Wasch legen wie das Hemdchen. Aber ich kann als ganze Person zu Jesus Christus kommen. Jesus kann mit Flecken umgehen. Und das Beste ist, er geht mit meiner Dreckwäsche nicht gleich zu den Nachbarn und zeigt ihnen es. Ich finde das verheissungsvoll. Ja, ich möchte so rein sein wie ein Kind. Es geht darum, dass ich unbeschwert leben kann vor all dem alten Mist. Dass ich wieder staunen, lehren, mich freuen, lachen und wie ein Kind ein Neuanfang machen. Ich weiss nicht, was du heute vorhast. Ich wünsche dir einen guten Wöschstag. Ich bin ein Neu Freund. Ich bin ein Neu Freund. Ich bin eine ESU-Güberschrechef. Vielen Dank.